Hallo, mein Name ist Birgit Sippel, ich komme aus Südwestfalen, aus dem Bundesland NRW, bin seit 2009 Mitglied im Europäischen Parlament. Hier habe ich mich von Anfang an im Innenausschuss mit dem Thema Datenschutz beschäftigt. Warum ist eigentlich Datenschutz so ein wichtiges Thema? In allen europäischen Staaten legen wir großen Wert auf den Schutz der Privatsphäre. Die Unverletzlichkeit der Wohnungen, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverzichtbar in einer freien Gesellschaft. Und zur Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt gehört natürlich auch, dass ich meine Meinung äußern kann, ohne befürchten zu müssen, dass jede Äußerung ständig abgefragt wird. Und auch in einem anderen Bereich ist Datenschutz von enormer Bedeutung. Wir legen großen Wert in unseren Rechtsstaaten auf das Prinzip der Unschuldsvermutung. Wenn aber anlasslos Millionen von Menschen weltweit ausgeforscht, beobachtet werden, sind wir von diesem Prinzip weit entfernt. Deshalb ist Datenschutz ein wichtiges Thema. Es geht um unsere Grundrechte, um eine demokratische und freie Gesellschaft. Aus diesem Grund ist es wichtig, wie aus vielen anderen Gründen, am 25. Mai wählen gehen. Es liegt in Ihrer Hand, wie die Zukunft in Europa aussieht. Erheben Sie Ihre Stimme für Freiheit, für den Schutz der Privatsphäre, für den Schutz unserer Grundrechte in Europa. Wählen gehen am 25. Mai. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mto Kinder www.z-21-3- Community-�kh www.z-21-3-D-F ratio